Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hartmann? Dieser Idiot! Halt mir den Mund. Er hat seine Pflicht getan, die Höfe mal. Seine Pflicht? Nein. Da waren Verräter. War einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Mein Gott. Es geht alles dem Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken, die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Zütteln sichern. Lassten Sie niemanden auf die Brücke. Reifen Sie die Positionen. Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen. Verflucht! Sind Sie verrückt? Schilder! Schilder! Zurück in den Panzer! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Schämenpanzer! Schämenpanzer! Scheiße! Schämen! Treffer bestätigt! Feuer erwähnen! Da sind noch mehr! Durchhalten! Die Panzerung hat gehalten! Das Ziel ist erledigt! Schämenpanzer! Mit Raketen! Das Ziel bewegt sich noch! Weiter auf das Zielfeuer! Wir sind in der Unterzahl! Wir können nicht gewinnen! Halt's Maul, Verräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Der macht keinen Lutz mehr! Amerikaner ist am Panzer! Kein Durchschlag! Das Ziel ist erledigt! Schämen darf! Volltreffer! Schämenpanzer! Schämenpanzer bestätigt! Feinkliche Panzer näher an sich! Untertitelung des Zettkofen! Untertitelung des Zettkofen! 12 Uhr, vor uns! Nicht gut! Nicht gut! Kertz, fahren Sie weiter, sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein. Unsere Panzerung wird schwächer. Da sind noch mehr. Durchhalte! Noch einen Treffer überleben wir nicht. Tun Sie, wofür Sie aufgebildet wurden. Beeilung, Kertz! Ich hab's gleich! Alle verledigt! Alle verledigt werden, durch32L! Wo kam das denn her? Nein, 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 nein! Vorsicht, Panzerfaust! Strengen Sie sich gefälligst an! Komm schon, komm schon! Kein Durchschlag! Knie getrunken! Seht ihr selbst! Die Lenkung hat man abgekleckt! Wie geht's, Stephanie? Mach irgendwas, Peter! Sie nehmen Stefan auseinander! Gut, Kärz, leg sie los! Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen! So schnell es geht! Nur noch, eine Sekunde! Ich denke, wir sind starten klar! Musik, braun! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Katz! Katz! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020